Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts und auch willkommen zu einer neuen Reihe. Viele von euch fiebern ja immer so drauf hinten, was wir ausgraben und was wir in der, ich sag mal, Videoreihenfolge unter der Woche bringen. In der Regel ist es ja so, dass wir einen Tag haben wir eine Buchlesung und am Tag haben wir vielleicht Tagebücher oder Kurzvideo, was auch immer. Und Sonntag ist immer das große, technische, umfangreiche Video. Und da wir ja letzte Woche quasi fertig geworden sind mit dem Buch von Markus Bauer, Haufenweise liegen sie umher und ich schon mehrere Verlage angeschrieben hatte, weil ich super Bücher gefunden habe, aber wir uns noch nicht ganz einig sind, beziehungsweise ich keine Antwort bekommen habe, fange ich jetzt einfach mal an mit dem Tagebuch, das ich bekommen habe, schon vor einiger Zeit. Und zwar vom Frank. Schöne Grüße, Frank, an dich nach Kanada. Und zwar hat Frank mir ein, ja, ein Tagebuch geschickt von dem Johann Twiedmeier. Und Johann Twiedmeier war Unteroffizier in der Luftwaffe und ab 43 Jagdflieger. Also kein Offizier, sondern als Unteroffizier in der Jagdwaffe. Und zwar am Jagdgeschwader 77. So, was macht diese ganze Geschichte so besonders? Wer sich an Rüdiger von Kirchmeier erinnert, da wissen wir, haben wir die ganze Ausbildung durchlaufen und dann seine ersten Einsätze bis 43. Und dann war Schluss, weil er leider vor seinem Tode, also bald nach dem Krieg, konnte er das, ja, nicht mehr vollenden, das Tagebuch, also nicht mehr so weit umsetzen. Und da hörte das einfach auf, was schade war. In diesem Fall ist es genau andersrum. Wir beginnen 1943, wo der Twiedmeier, ich muss reden, Johann Twiedmeier, ich will es ja nicht falsch sagen, von der Jagdfliegerschule kommt und in seine ersten Einsätze geht. Und die gehen auch bis Januar 45. Ist natürlich noch nicht Kriegsende, aber das natürlich wieder, sind zwei Jahre, die abgedeckt werden mit, ich sag mal, sehr, sehr interessanten Einsätzen und auch sehr gut geschrieben. Ich habe es natürlich noch nicht in Gänze durchgearbeitet, weil das ist schon ein ganz schöner Haufen. Aber ich denke mal, wenn ich das so über den Daumen peile, sind das sicherlich auch zwischen acht und zwölf Folgen, die wir hier uns anhören können. Und ich glaube, das ist genauso spannend geschrieben und beschrieben wie das Tagebuch von dem Rüdiger von Kirchmeier. Wie gesagt, Fotomaterial habe ich wieder mal kaum. Ich habe Fotos zusammengesucht, die natürlich immer so ein bisschen damit zu tun haben. Die werden sich natürlich auch wiederholen und wir werden natürlich nicht, wenn er gerade gegen irgendwie, was weiß ich, eine Mustang fliegt, werde ich nicht eine Mustang einblenden, sondern ich werde ein paar Flugzeuge einfach im Hintergrund einblenden, damit das diesen Luftwaffenflare hat. Weil wenn ich für jedes Video, was genau passiert, zusammenschneiden müsste, dann bin ich alt und grau, bin ich ja schon. Aber dann wird das Video nie fertig. Also es geht ja mehr um den Inhalt. Das haben mir schon viele von euch geschrieben. Es kommt eher auf das gesprochene Wort an und die Fotos im Hintergrund sind bei diesen Videos nicht ganz so wichtig, bei den technischen oder Gefechtsberichten doch schon wichtiger. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen heute an mit dem ersten Teil vom Jagdgeschwader 77 und dann wird das jede Woche halt so weitergehen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange die Folgen immer werden, aber das soll ja überraschen. Vielleicht holt euch das ja genauso ab, wie die Geschichte bzw. die Erlebnisse von dem Rüdiger von Kirchmeier. So, nun reicht es aber auch wirklich. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr empfehlt uns auch weiter an andere Luftwaffen-Enthusiasten, damit die das auch mal hören. Los geht's! Im Sommer 1943 war ich als M109 Pilot auf der Jagdfliegergänzungsgruppe Süd im Ronnetal in Orange Südfrankreich. Die Umschulung auf das Einsatzmuster M109 G6 war beendet. Wir warteten alle auf die Versetzung zu einer Fronteinheit. Am Anfang der Woche war der alte Kommandeur Hauptmann Gödert zu seiner alten Fronteinheit zurückversetzt worden. Er war ein ruhiger und allseits beliebter Offizier, der wegen Tapferkeit aus dem Mannschaftsstand zum Offizier befördert worden war. Der Nachfolger Hauptmann Sekel war genau das Gegenteil. Offizier durch und durch und korrekt bis auf die Knochen. Von Kriegsanfang an, im Fronteinsatz. Und beide waren mit dem deutschen Kreuz ausgezeichnet. Gödert in seiner federlichen Art war uns jedenfalls sympathischer. Wir vier, Werner Herterich, Gottfried Fritsche, Hans Dunkel und ich, alles unter Offiziere, hatten unsere Sachen gepackt und gingen zur Schreibstube, um unsere Versetzungspapiere zu holen. Es war kurz vor Mittag. Draußen tobte der Mistral. Wir mussten zur Verabschiedung zum Kommandeur. Nach der Meldung hielt er uns einen Vortrag über unsere Pflichten als Jagdflieger. Er wünschte uns viel Glück und viel Erfolg. Nachdem wir uns bedankt hatten, gab er jedem die Hand und wünschte Hals- und Beinbruch. Und dann kam der Hammer. Sie fliegen morgen Nachmittag mit einer Ju-52 nach Sardinien zu ihrer neuen Einheit, der dritten Gruppe des Jagdgeschwaders 77. Da platzte Werner los. Was ist denn das für ein Haufen? Noch nie was davon gehört. Ich dachte, den Hauptmann Segel trifft der Schlag. Wer konnte ahnen, dass das die eilte Einheit von Hauptmann Segel war. Da hatte Werner aber kräftig ins Fettnäpfchen getreten. Wir waren noch am Verdauen des eben Geschehenen. Da kam der zweite Hammer. Und Offizier Tweedmeier sofort zum Kommandeur, brüllte einer über den Flur. Was will der denn? Als ich mich bei ihm meldete, sah er mich an und sagte, sie können nicht versetzt werden. Sie müssen noch eine Übung schießen und das sofort. Die Maschine ist startklar. Ich sah ihn an. Bei dem Sturm? Fragte ich. Grinsend sah er mich an. Wenn sie Angst haben, bleiben sie hier. Sie werden da nicht versetzt. Ich fliege. Und schon war ich draußen. Als ich meine FT-Haube aus meinem Gepäck holte, erklärten meine Kumpels mich für verrückt. Vor der Halle stand eine M109 mit laufendem Motor. An jeder Tragfläche hielten drei Techniker den Vogel fest. Der Oberwerkmeister saß in der Mäh. Wir tauschen die Plätze. Er half mir beim Anschnallen. Als er die Haube zumachte, klopfte er mir auf die Schulter und brüllte, mach's gut. Ich verriegelte die Haube und rollte langsam zum Start. Die Techniker hingen immer noch an den Flächen. Trotzdem schüttelte der Sturm das Flugzeug hin und her. Der Start war problemlos. Schnell war ich in der Luft. Ich wurde ein Spielball des Sturms. Auf dem Schießstand schoss ich in einem Anflug meine Waffen leer. Los, zurück und runter. Die Landung gelang besser als ich dachte. Am Ende der Landebahn stand ein LKW mit Technikern, die hingen sich wieder an die Flächen und so rollte ich zur Halle. Mann, war ich froh, als ich endlich den Motor abstellen konnte. Hin zum Kommandeur, der sah mich an und sagte, na geht doch, aber sie sind 10 Meter vor dem Landekreuz gelandet, statt wie es in der Vorschrift ist, neben dem Landekreuz. Ich müsste sie jetzt mit zwei Tagen Arrest bestrafen. Da die Zeit dafür nicht mehr reicht, wird in ihren Versetzungspapieren ihre neue Einheit gebeten, das nachzuholen. Na Prost Mahlzeit, so ein Idiot. Als ich meine Papiere holte, sagte der Spieß, ich konnte nichts machen und außerdem bist du Kommandoführer. Auch das noch. Als dann die Ju 52 kam, waren wir froh, endlich von diesem Haufen wegzukommen. Im Tiefstflug ging es dann übers Mittelmeer an Corsica vorbei, zu einem Feldflugplatz bei Caligiari an der Südspitze von Sardinien. Der Platz war ein langer, schmaler Rasenplatz. Der Ju 52 Pilot kannte sich hier aus. Kommt mit, die dritte Gruppe 77 hat ihren Gefechtsstand bei der Flugleitung. Dort nahmen uns Uffts Kindermann, der Gefechtsstand Uffts in Empfang. Man hat uns erwartet. Da der Kommandeur Major Uben in Urlaub war, empfing uns sein Vertreter, Hauptmann Umert. Schön, dass ihr endlich da seid. Wir hatten euch schon eher erwartet. Dann zeigt er auf mich und Werner haterig. Sie beide kommen zur siebten Staffel. Das ist gleich die nächste Baracke, der Rest geht zur achten Staffel. Eine Baracke weiter. So, und jetzt raus mit euch. Die Staffeln warten schon. Werner und ich melden uns beim Hauptfeldwebel der siebten Staffel. Der grinste bloß, begrüßte uns mit Handschlag und herzlich willkommen. Gab mir unsere Papiere und schickte uns dann zum Staffelkapitän eine Tür weiter. Nach dem Anklopfen ein lautes Herein. Also rein in die Höhle des Löwen. Der Anblick verschlug uns den Atem. Oberleutnant Niese lag auf einem Sofa. Ein Bein hat er an der Wand abgestützt und neben ihm saß Hauptmann Gödert. Als ich meine Meldung gemacht hatte, sagte er im urbayerischen Dialekt, halt die Pappen und hockt euch nieder. Ihr habt Hämorrhoiden. Und schaut nicht so blöd. Ich wusste gar nicht, was das war. Dann verlangte er die Versetzungspapiere. Dann fing er an zu lachen und sagte zu Hauptmann Gödert, sag mal, hat der Sekel den Ursch auf oder spinnt er schon? Dann, wer ist Tweedmeier? Ich sprang auf, ich Herr Oberleutnant. Er sah mich an und sagte, wannst du bei mir immer zehn Meter vor dem Landekreuz aufsetzt, bist der beste Flugzeugführer der ganzen Staffel. Bestraft wirst nett, wäre ja noch schöner. Ich bedankte mich. Er winkte ab. Der war mir von Anfang an sympathisch. So und jetzt lasst euch vom Spieß die Zimmer zeigen. Der nahm uns mit auf den Flur der Baracke. Auf der linken Seite des Flurs wohnten die Flugzeugführer, immer drei auf einem Zimmer. Im ersten wohnten Feldwebel gut weniger und Unterwizierkoch, dazu kam ich. Werner kam auf die nächste Stube zu zwei Unterwizierspiloten. Auf der anderen Seite des Flurs, gegenüber von den Schlafräumen, war das Casino mit Speisesaal und Aufenthaltsraum der Piloten. Alle Piloten würden nur gemeinsam im Casino essen. Er gab uns den Rat, uns allen Offizieren und Unteroffizieren, auch den Technikern, als neue Piloten vorzustellen. Das war doch selbstverständlich. Er sah mich an und sagte, leider nicht bei allen. Und besauft euch nicht, denn morgen müsst ihr fliegen. Zumindest einige Platzrunden. So und jetzt rein mit euch in Zimmer, es wird dunkel. Die Piloten werden gleich kommen, es ist Einsatzende. Die ersten kamen mit viel Hallo vorneweg, gut weniger und Koch. Sie wurden von beiden herzlich begrüßt. Als der Spieß uns dann unsere Zimmer anwies, sagte gut weniger, dann komm mal mit, bei uns ist noch ein Bett frei. Beim Einräumen meines Spindes wurde ich dann von den beiden ausgefragt. Wo zu Hause, was für eine Ausbildung und so weiter. Sie schienen zufrieden zu sein. Ich war es auch. Es waren alte Hasen. Jeder hatte das EK1 und goldene Frontflugspange an der Uniform. Gut weniger war aus Miran in Südtirol und Koch kam aus Suhl in Thüringen. 19 Uhr gab es Abendbrot. Vom Staffelkapitän wurden wir nochmals im Namen der Staffel begrüßt und mit Namen vorgestellt. Dann sagte er, einzeln vorstellen könnt ihr euch nach dem Essen und jetzt Mahlzeit. Toni nahm mich mit an seinen Tisch. Auch Koch saß dort. Das Abendbrot war ausgezeichnet. Beim Essen ging die Fragerei weiter. Als ich im Gespräch einmal gut weniger mit seinem Dienstgrad anredete, guckte er mich an und sagte, da du wahrscheinlich meinen Rottenflieger wirst, gewöhn dir das Mann ab. Ich bin der Toni. Ich bedankte mich. Und ich bin der Jan. Er hob sein Glas, dann auf gute Zusammenarbeit. Ich glaube ich habe einen Glückstreffer gezogen. Auch mit der Einheit, denn hier herrschte zwischen den einzelnen Dienstgraden ein familiärer Ton, wie ich es noch in keiner Einheit erlebt hatte. Der erste Eindruck war jedenfalls sehr gut. Die Flugzeugführer waren außerdem Chef, Leutnant Schumacher, die Oberfeldwebel Pichler und Schmitz, Oberfinrich Riedl, die Feldwebel Gutweniger, Roggenburg, Lehmann, die Unteroffiziere Koch, Seeger, Riemer, Weinbrenner, Obsolder und uns Neuling Ufts Tweedmeier und Ufts Herterich. Nach dem Essen ging die Fragerei weiter. Wer spielt Schach und wer spielt Skat? Als wenn er dann sagte, er könnte nur Schach und kein Skat, wurde ihm gesagt, dass das eine Bildungslücke sei, die man schon ausbügeln werde. Dann gebot der Chef Ruhe. Der Tweedmeier fliegt beim Toni mit, der Nummer 13. Wenn du abergläubig bist, kannst du auch 15 und so weiter nehmen. Nur Kor 14. Die kriegt der Heterich, der beim Koch fliegt. Aber da ihr vorläufig noch keine eigene Maschine habt, ist das eh wurscht. Als ich dann sagte, dass ich nicht abergläubig sei und die 13 behalten möchte, meinte er nur, da ist dein Sach. Und das alle in urbayerischem Dialekt. Und Männer, ihr merkt, ich gebe mein Bestes. Der Mann war mir von Anfang an sympathisch. Besauft euch nicht, morgen früh müsste jeder eine Platzrunde fliegen. Ich will sehen, was ihr könnt. Und jetzt ab ins Bett mit euch. Auf dem Flur meinte Werner, ich glaube, wir haben einen Superhaufen erwischt. Im Waschraum traf ich ihn wieder. Dann bis morgen. Ich bin hundemüde und werde gleich ins Bett gehen. Als anderen Morgen ging es nach einem reichhaltigen Frühstück zuerst zur Kleiderkammer zum Empfang der Flieger-Sonderbekleidung. Toni war mit uns gegangen. Er wechselte ein paar Worte mit dem Kammerbullen und wir bekamen alles. Von der FT-Kopfhaube bis zu den Pelzstiefeln, fabrikneue Klamotten. Dazu eine Garnitur-Tropenuniform. Mann, oh Mann, was für ein Haufen Klamotten. Als letztes gab es drei paar weiße Socken. Die haben uns die Italiener bei ihrer Kapitulation hier gelassen. Sind aber sehr gut. In der Unterkunft wartete schon ein Kraftfahrer, um mich und Toni gut weniger zum Platz zu bringen. Wir sollten fliegen. Der Alte war neugierig. Alles aufs Bett geschmissen und rein in die Fliegerklamotten. Am Start stand eine M109 G2. Den Typ hatte ich schon mehrfach geflogen. Nach der Meldung meinem Staffelkapitän erhielt ich den Auftrag, zwei Platzrunden zu fliegen. Nach der ersten Runde nur aufsetzen und durchstarten. Nach der zweiten Runde landen und zum Start zurückrollen. Es klappte ohne Beanstandung. Am Start stand Toni mit seiner Maschine mit laufendem Motor. Der Startposten kam an meine Maschine. Er brüllte, nach Toni starten und dann Zirkus fliegen. Das hatte ich mir gedacht. Da konnte er mich am besten testen. Schnell war ich nach dem Start an ihm dran. In engem Verbandsflug ging es auf Höhe. Schnell waren wir auf 4000 Meter. Ohne Ankündigung ging es los. Halb Roller links und Abschwung. Und dann flog er mit mir einen Zirkus, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Aber er wurde mich nicht los. Dann knackte es im FT. Toni, mach Lucy Anton, es reicht. Wir wurden zur Landung aufgefordert. Der Alte war zufrieden, ich auch. Nach der Landung sagte er zu mir, war gut. Toni kannst ihn behalten, mach was aus ihm. Wir wurden dann bis weit über den Krieg hinaus beste Freunde. Das letzte Mal sahen wir uns im Juni 52, als er mich mit einer alten Wehrmachts-BMW Beiwagenkrad besuchte. Die Mäh wurde betankt und Werner stieg ein. In die andere Maschine stieg Robert Koch. Sie flogen dann dasselbe Programm. Toni und ich gingen zur Unterkunft. Als ich ihm unterwegs sagte, dass ich so ein Zirkus noch nie geflogen sei, sagte er, wenn du überleben willst, musst du das können. Aber das war eben schon ganz gut. Beim nächsten Mal bitte etwas mehr Abstand. Ich habe es nicht so gerne, wenn man mir so dicht auf die Pelle rückt. Wahrscheinlich werden wir beide heute Nachmittag einen Überwachungsflug über See bis zur afrikanischen Küste machen. Ziel ist dann ein Hafen dort, um den Schiffsverkehr zu überwachen. Aber zuerst wollen wir Mittag essen. Mal sehen, was am schwarzen Brett steht. Er kam wieder und sagte, Start 14 Uhr. Du fliegst die Weiße 8 von Unteroffizier Seger, der ist in Urlaub. Die Techniker wissen Bescheid, sie räumt dir die Maschine ein. Aber wir müssen beide noch ein paar Takte miteinander reden. Nach dem Start sollen wir auf 8000 Meter steigen und dann Richtung Afrika. Das tun wir nicht. Denn dann messen uns die Amis an und der Himmel hängt voller Ami Jäger, die auf uns warten. Nach dem Start gehen wir in den Steigflug bis wir außer Sicht sind. Dann gehen wir in den Tiefstflug Richtung Afrika. Querab von Malta steigen wir dann mit voller Pulle auf 9000 Meter. Da oben ist kein Ami mehr und bis die Spitfire da hoch sind, sind wir längst weg. Über dem Hafen kehrt Kurve Richtung Heimat. Dann Zusatztank ab und mit voller Pulle Richtung Heimat. Bleib schön an mir dran, dann kann nichts passieren. Und heute Abend werden wir unsere neue Partnerschaft mit einem guten Tropfen begießen. Jetzt geh raus zum Liegeplatz und lass dir Schlauchboot, Schwimmweste und Fallschirm anpassen, damit das nachher nicht zu lange dauert. Der erste Wart, der weißen 8, wartete schon auf mich. Schnell war alles erledigt. Vor dem Start sagte Toni noch, auf jeden Fall dranbleiben, dann kann nichts passieren. Er wollte mich sicherlich beruhigen. Nach dem Start dann, wie besprochen, steigen. Nach 10 Minuten runter aufs Wasser. Ich scherte ran an Toni, der flog so tief, dass ich manchmal schon Bedenken hatte, es ihm gleich zu tun. Aber er zeigte mir seinen rechten Daumen, also war alles in Ordnung. Ich kontrolliere den Luftraum hinter und über uns ständig, alles klar. Nach 40 Minuten ging er in den Steigflug mit voller Pulle aufwärts. Ab 4000 Meter mit Atemmaske. Nach kurzer Zeit hatten wir 9000 Meter erreicht. Die Mäh wurde weich und wabbelig im Steuer. So hoch war ich noch nie, aber wir stiegen weiter. Bei 9500 Meter legte er die Mäh gerade und flog eine große 180 Grad Kurve. Die Sicht war schlechter geworden. In 8000 Meter war eine Dunstschicht, die uns die Bodensicht verwehrte. Bis jetzt hatte ich noch kein feindliches Flugzeug gesehen. Ich wusste gar nicht wo wir waren. Er wackelte mit den Flächen, ich scherte an ihn ran. Da warf er seinen Zusatztank ab, ich auch. Es knackte im FT und jetzt eisern dranbleiben. Im Sturz ging es durch den Dunst. Im Nu hatten wir 750 kmh auf dem Tacho. Jetzt sah ich unter uns eine Stadt mit einem Hafen. Aber welche war das? War mir so egal, Hauptsache ich blieb an Toni dran. Dann sah ich rechts von uns auf gleicher Höhe, aber weit entfernt einen Haufen Jäger. Ich meldete sie über Funk. Das sind Kitty Hawk, lahme Enten, die tun uns nichts. Wir flogen im flachen Sturz immer noch mit 700 kmh Richtung Nord. Sie blieben hinter uns. Die waren wir los. Wir flogen immer noch im flachen Gleitflug mit Vollgas Richtung Heimat. Toni sagte nur ein Wort, aufpassen. Aber das tat ich ja. Der Gleitflug wurde steiler, runter bis aufs Wasser. Nach einer Weile nahm Toni das Gas zurück, das wurde auch Zeit. Meine Temperatur war fast am Anschlag. Nicht zu sehen als Wasser, immer noch Wasser. Ich sah mir die Augen aus dem Kopf, um nicht überrascht zu werden. Plötzlich zog er hoch auf 200 Meter. Was will der denn? Er fuhr das Fahrwerk aus. Mensch land in Sicht. Vor uns der Flugplatz. Wir landeten. Zurückrollen zum Liegeplatz. Die Warte standen bereit, um uns einzuweisen. Alles klar war das erste Wort. Als ich bejahte, schlug er mir auf die Schulter, grinst übers ganze Gesicht und half mir aus Schlauchboot, Schwimmbäst und Fallschirm. Dabei stand er auf der linken Fläche und gratulierte mir zum ersten Feindflug. Toni kam grinsend. Ich meldete mich vom ersten Feindflug zurück. Auf dem Weg zum Gefechtstand erzählte er mir dann, dass wir über den Hafen von Bizerta waren und er im Sturz die Landungsboote in etwa gezählt hatte. Nach der Meldung auf dem Gefechtstand erhielten wir dann Befehl, sofort Klamotten packen. Wir verlegen nach Marciiana, nördlich von Rom. Start der gesamten Gruppe in zwei Stunden. Ich würde wieder die weiße Acht fliegen. Die Koffer waren schnell gepackt und bis auf eine kleine Tasche mit dem nötigsten Waschzeug und Schlafanzug auf der Schreibstube abgegeben. Die sorgten für den Transport des Pilotengepäcks. Auf dem Gefechtstand fiel unserem Staffelkapitän auf, dass wir neun außer unserer Pistole unbewaffnet waren. Sofort bekam jeder von uns eine italienische Maschinenpistole. Sie war unserer deutschen MP ähnlich, nur hatte sie ein Holzschaft. Werner meinte, sieht gut aus, schießt auch gut, nur hat sie keine Sicherung, also Vorsicht. Das sagte uns mit erhobenem Zeigefinger Leutnant Schumacher. Dann wurde die Startreihenfolge bekannt gegeben. Wie üblich starb siebte und achte, zuletzt die neunte Staffel. Nach dem Start flogen wir im lockeren Verband im Tiefflug Richtung Marciiana. Wir waren etwa 30 Maschinen. Ich fühlte mich in so einem Haufen an der Seite von Feldwebel gut weniger saubohl. Rechts von mir flogen Koch und Härterich. Was soll da schon passieren? Nach der Landung, der Platz war eine bessere Kuhweide, mitten auf dem Platz stand noch eine Dampfwalze, wurden alle zu ihrem Liegeplatz gewiesen. Alles war noch sehr primitiv und sah nach hastigem Ausbau aus. Ich musste meine Maschine wieder abgeben. Ufts Seger war aus dem Urlaub zurück. Auch die Unterkunft war bescheiden. Halbfertig und noch im Aufbau. Hier wurde in den nächsten Tagen schwarmweise Straßenschutz geflogen. Amerikanische Jabos, vor allem Lightnings, machten die Straßen unsicher. Ende Oktober kam für alle überraschend der Befehl, die dritte Gruppe Jagdgeschwader 77 verlegt sofort per Bahn nach Mitzil in Rumänien zum Schutz der dortigen Ölgebiete. Flugzeuge und technisches Gerät wurden von den anderen Gruppen übernommen. Von Fogliano ging es dann mit der Eisenbahn über Villach-Arad nach Mitzil. In der Gegend vom Eisernen Tor kam es zu einem schweren Unfall. In einem Abteil der achten Staffel fiel eine italienische Maschinenpistole aus dem Gepäcknetz. Da sie keine Sicherung hatte, lösten sich ein paar Schüsse. Ein Feldwebel der achten Staffel war sofort tot und der Spieß der achten Staffel, Feldwebel Hoffmann, kam schwer verletzt ins Lazarett. Wir sahen ihn nie wieder. In Mitzil mussten dann diese Waffen abgegeben werden. Mitzil war ein großer Flugplatz ohne Betonbahn. Die Gebäude waren Baracken, aber gut in Schuss. An einer festen Straße gelegen, auch ein paar Flugzeughallen aus Holz waren vorhanden. Vor uns waren Teile vom Jagdgeschwader 4 auf dem Platz gewesen. Sie waren in die Reichsverteidigung verlegt worden. Nur die alten Maschinen, alte Me 109 der Serien G2, hatten sie uns dagelassen. Mit denen sollten wir Übungseinsätze in Gruppenstärke üben. So geschah es dann auch. Ein Übungseinsatz folgte dem anderen. Nach und nach kamen dann neue Maschinen des Musters G6. Die alten Dampfer wurden mitgenommen. Sie wurden auf Jagdfliegerschulen verbraucht. Dann kam Mitte Januar plötzlich General Galland mit Gefolge zur Besichtigung der Gruppe nach Mitzil. Nach Frontabschreiten sagte er, dass ihm die Gruppe einsatzlar gemeldet sei. Unsere Aufgabe sei es in Zukunft, das rumänische Ölgebiet gegen amerikanische Bombeangriffe zu verteidigen. In letzter Zeit seien amerikanische Viermordbomber in erheblicher Stärke in der Gegend von Foggia und Brindisi stationiert worden. Daher sei hier die Abwehr verstärkt worden. Auch die schwere Flak sei erheblich verstärkt, sodass im Zusammenwirken mit den rumänischen Jägern wie eine erhebliche Streitmacht wären. Als wir abends auf der Bude drüber sprachen, meinte Koch, hoffentlich sind die mutiger als die Ithaka. Eines Tages erhielt ich meine eigene Maschine mit der taktischen Zahl 4. Mein Rufname im Sprechfunk war Ritter 7-4. Ritter war unsere Gruppe, 7 war unsere Staffel und 4 war ich. Laufend flogen wir Übungseinsätze, in Staffel und auch in Gruppenstärke. Dann kam der nächste Hammer. Major Uben, unser Kommandeur, wird zum Jagdgeschwader 2 versetzt. Er wird Nachfolger des gefallenen Kommodore Egon Meier. Hauptmann Umet wird unser neuer Kommandeur. Zwei Tage bin ich mit meinem Wart dabei, meine Maschine zu polieren. Der gefallte Peske, mein Flugzeugwart, strahlt mit meiner weißen Vier um die Wette. Er meldet mir die Maschine klar zum Werkstattflug. Auch der Oberwerkstattmeister bestätigt, dass die Maschine tipptopp in Ordnung sei. Nach dem Start steige ich auf 5000 Meter und fliege dann einen tollen Zirkus. Das ganze Kunstflugprogramm. Die Maschine ist wirklich 100% in Ordnung. Das behalte ich aber für mich. Toni hat mich gewarnt. Neider gibt es überall. Nach der Landung der Oberwerkstattmeister fragte. Zufrieden? Sagte ich nur. Geht so. Er sah mich an und grinste. Der wusste Bescheid. Eines Morgens beim Frühstück, ab sofort 30 Minuten Bereitschaft für die ganze Gruppe, erschien loszugehen. Die Flugzeugführer trafen sich im Bereitschaftsraum der Liegeplatzbaracke. Schnell kamen dann 10 Minuten Bereitschaft. Die meisten gingen nochmal zum Klo. Eine volle Blase und ein voller Darm konnten in der Höhe sehr schmerzhaft drücken. Ich ging dann wieder, wie die meisten Piloten, zur Maschine. Gerade hatte ich mich reingesetzt, kam auch schon über den Platzlautsprecher der Befehl. Sitzbereitschaft. Peske half mir beim Anschnallen. Der rechten Tragfläche stand der Waffenwart mit der André-Kurbel. Peske war gerade bei ihm, als auch schon beim Gefechtsstand die Startraketen in die Luft stiegen. Startbefehl. Überall sprang die Motoren an. Auch meiner lief sofort. Toni zeigte mir seinen Daumen. Er rollte an. Ich hinterher. Die ersten Maschinen, der Chef mit seinem Schwarm war schon in der Luft. Wir hinterher. Der Stabsschwarm flog eine große Linkskurve. Wir schlossen auf. Nach einem großen Vollkreis, die ganze Gruppe war inzwischen in der Luft und aufgeschlossen. Dann im Steigflugkurs Puleshti. Hinter Puleshti schlossen sich dann die Rumäen mit ihren IAR-80-Jägern an. Ich schätze etwa 60 Maschinen. Das war schon ein imposanter Haufen. Nach der Reportage in der FT-Haube flogen Amerikaner über der Adria in Höhe von Dubrovnik mit Kursen Nord. Die wollen nicht zu uns, sind ja auch viel zu weit weg. Wir können sie nicht erreichen. Dann kam auch schon der Befehl vom Ja für Gefechtsstand. Alle Ritter Lucy Anton in Gartenzaun, also Landung in Myzil. Nach der Landung und Nachbesprechung auf dem Gefechtsstand, der Kommandeur war zufrieden. Er sagte dann, dass die Amis nach Süddeutschland geflogen seien, für uns unerreichbar. Aber eines Tages würden sie zu uns kommen und dann müssten wir denen eins überberaten, damit denen die Lust zur Wiederholung verginge. 14 Tage passierte dann nichts. Den ganzen Tag auf dem Liegeplatz rumgammeln. Skat und Doppelkopf spielen. Einige spielen auch Schach und der Platzlautsprecher dudelt den ganzen Tag. Es ist zum Rammdösigwerden. Ich bin die meiste Zeit bei meiner Maschine und unterhalte mich mit meinen Warten. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, was mir bisher fremd war. Eines Tages kam der Oberwerkstattmeister und meinte Grinsen, schon wieder am Nieten zählen? Das ärgerte mich und ich brummte auf Plattdeutsch, Kladian Moas. Er schnappte hörbar ein. Sech bloß, du kannst Platz nacken. Er lud mich dann abends zu ein Bier ein. Oberwerkstattmeister Boye war aus Lübeck. Waffenmeister Otto Lange, Ortier genannt, war aus Itzehoe und ich aus Delmhorst, also alles Norddeutsche. Wir sprachen nur noch Platt miteinander. Wir wurden schon die drei Engländer genannt. Boye sagte mal zu mir, für die Süddeutschen Hilfsvölker ist Platt eine Fremdsprache. Meine Maschine war jedenfalls in Zukunft wartungsmäßig und waffenmäßig immer tipptopp in Ordnung. 14 Tage hatten wir Ruhe. Dann weckte uns der Platzlaussprecher schon sehr früh mit Marschmusik und zwischendurch immer wieder der Song Du bist so schön Italia, wer dich gesehen kann es verstehen und so weiter. Als er zum dritten Mal aus dem Lautsprecher dudelte, rief der Chef beim Gefechtsstand an. Er legte den Hörer auf, das war eine Vorwarnung, der Armee wird wohl kommen. Es ist starker Abstimmungsverkehr in Foggia und Brindisi beim Armee zu hören. Ab sofort 30 Minuten Bereitschaft. Vielleicht fliegen sie ja auch anderswohin. Sie taten es nicht. Als die ersten Bomberverbände über der Adria mit Kurs Nord flogen, erhöhten sich schnell die Bereitschaftsstufen. Bei 10 Minuten Bereitschaft gingen auch die letzten zur Toilette. Laufend wurde der Standort der Bomber durch den Platzlautsprecher bekannt gegeben. Als die Spitzen der Bomber Dubrovnik mit Kurs Nord überflogen, gab es Sitzbereitschaft. Wir gingen zu unseren Maschinen. Im Laufen sagte die Thun noch zu mir, schön dranbleiben und sauber auf Position fliegen, dann kann nichts passieren. Die Warte halfen beim Anschnallen. Kaum war ich angeschnallt, knallten vom Gefechtsstand die Startraketen. Kabine zu und Peske rannte zur rechten Seite, wo der Waffenwart schon die Andreekurbel für den Schwungkraftanlass erdrehte. Jetzt treten beide. Peske zeigte den Daumen, beide sprangen von der Tragfläche, Zündung rein, Stader betätigen und schon lief der noch warme Motor. Tony zeigte seinen Daumen und rollte an. Nach kurzem Start schlossen wir zum Schwarm des Staffelkapitäns auf. Rechts von mir flog Robert Koch mit Werner als Rottenflieger. Inzwischen war die ganze Gruppe in der Luft. Im Steigflug ging es mit voller Pulle dem Armee entgegen. Der Jahr für Gefechtsstand gab ständig den Standort und die Flughöhe der Bombe bekannt. Sonst herrschte absolute Funkstille. Fast wolkenloser Himmel mit einer guten Sicht. Ein großer Verband Rumänen mit IAR 80 kam von links und schloss sich uns an. Wir waren eine beachtliche Streitmacht. Der Armee wird sich wundern. Wir hatten 8000 Meter erreicht. Es knackte im FT. In 5 Minuten Mauerblümchen. Also in 5 Minuten Feindberührung. Jetzt kam Bewegung in den Haufen. Man merkte die Nervosität und die Anspannung des Einzelnen. Dann plötzlich im FT. An alle Ritter, ich sehe sie. Wir machen pauke, pauke, schwarmweise direkt nach vorn. Indianer nicht in Sicht. Also Angriff von vorne. Keinen amerikanischen Begleitjäger in Sicht. Dann sah ich sie. Auch weit vor uns. Eine breite Straße von Kondensstreifen. Davor blitzende Punkte, die schnell größer wurden. Sie flogen etwas tiefer als wir. Es waren 4-motorige Boeing B-17. Der Kommandeur und Staffelkapitän griffen als erste mit ihren Schwärmen an und zogen dann steil hoch. Zwei Bomber stürzten fast senkrecht ab. Zwei andere hatten eine Rauchfahne. Wer die Schützen waren weiß ich nicht. Jetzt waren wir dran. Die Bomber schossen wie wild. Fast hätte ich vergessen zu schießen. Im letzten Moment drückte ich auf die Waffenknöpfe. Beim Hochziehen im leichten Slip sah ich, dass ich nicht die Kanzel getroffen hatte. Meine Schüsse saßen zwischen den Motoren der linken Fläche. Wahrscheinlich hatte ich einen Tank getroffen, denn die Boeing hatte eine Benzinfahne. Die von Toni Angegriffene qualmte aus dem rechten Innenmotor. Die Bomber schossen mit allem, was sie hatten hinter uns her. Ein paar Mal hat es in der Maschine geknallt. Treffer im Rumpf. Man zog jedes Mal zusammen. 1000 Meter über dem angegriffenen Bomberpulk war ich wieder an Toni dran. Wir nahmen zusammen mit dem Kapitänschwarm Kurs auf den nächsten Bomberpulk. Robert und Werner waren auch wieder da. Der von uns angegriffene Pulk wurde jetzt von der 8. und 9. Staffel unserer Gruppe und den Rumänen regelrecht zerfleddert. Etliche Rauffahren von abgeschossenen Bombern stehen am Himmel. Tiefer hängen auch Fallschirme von ausgestiegenen Besatzungsmitgliedern. Aber keine Zeit zum Gucken, der nächste Angriff rollt schon. Toni schwenkte ein zum Angriff nach vorn. Ich habe Mühe an ihm dran zu bleiben. Mit rund 1000 kmh rast man dann Schnauze auf Schnauze aufeinander los. Die Bomber, wie der Boeings, schießen aus allen Waffen, schon aus weiter Entfernung. Wie Regen aus einer Gießkanne kommt jetzt die Leuchtspur entgegen. Da muss man durch. Der Schweiß steht mir am Rücken. Drei Sekunden hat man Zeit zum Schießen. Dann muss man hochziehen, sonst knallt man mit dem Riesenkasten zusammen. Meine Schüsse gehen alle daneben. Als ich schieße, kurvt der Boeing-Verband nach links. Als ich hochziehe, wäre ich fast mit einer Tragfläche zusammengestoßen. Es ging gut. Ich kam gerade noch vorbei. Ich war glücklich, als ich endlich wieder zu Toni aufschließen konnte. Als ich an ihm dran war, zeigte er mit seinem Daumen, er schien zufrieden zu sein. Im Sprechfunk war seit den ersten Angriffen ein tolles Gesappel. Alles schrie durcheinander. Abschüsse wurden gemeldet, aber auch Abmeldungen wegen Beschussschäden. Ein dritter Army-Verband kommt uns entgegen. Er fliegt höher als wir. Also Knüppel an den Bauch und erst mal steigen. Die Amis reagieren sofort. Der Verband macht einen Schwenk nach links. Inzwischen sind wir 500 Meter höher als die Amis. Nach einer Kurve fliegen wir parallel zu denen, um sie zu überholen und dann von vorne anzugreifen. Es klappt auch prima. Die von mir beschossene Boeing hat sofort nach den Schüssen aus beiden Motoren der linken Tragfläche eine starke Rauchfahne, aber sie fliegt noch. Weil ich sie zu lange beobachte und zu spät hochziehe, wäre ich fast mit dem riesen Leitwerk zusammengestoßen. Der Schweiß rinnt mir am Rücken runter, aber ist noch mal gut gegangen. Ich zittere am ganzen Körper. Das darf nicht noch mal passieren. Als ich wieder über den Bombern bin, gerade ich fast in Panik. Ich habe meinen Rottenführer verloren. Wo ist Toni mit der weißen Sieben? Allen halben fliege ihn meh herum. Ich wage nicht zu rufen. Von hinten kommt eine meh wackelnd heran. Es knackt in der Kopfhaube. Komm ran, du Schlafmütze. Den Ami lasst man fliegen. Der kommt nicht mehr nach Hause. Das war Toni. Mensch war ich froh. Beim Hochziehen hatte der meinen Angriff beobachtet. Ich hatte auch einige Angriffe beobachtet. Wer aber was getan hatte, konnte ich beim besten Willen nicht sagen. Ich hatte viel zu viel mit mir selbst zu tun. Meine rote Lampe am Armaturenbrett flackerte. Der Sprit ging zur Neige. Als ich das dem Toni meldete, sagte er, wir machen Lucy Anton in Boteni. Das ist ein rumänischer Flugplatz. Hier liegen rumänische Jäger. Ich bin neugierig auf die IAR-80, dem rumänischen Jagdflugzeug. Das Flugzeug ähnelt unserer Focke-Wulf 190 fliegerisch gut, aber untermotorisiert. Daher zu langsam. Die ersten rumänischen Einheiten werden zur Zeit auf Me 109 umgeschult. Das gibt ein montón. Denn ich bin neugierig 커 Attacken mit dem detective топgen werden. Das ist die Zeit auf Me 109 um 2.5 Uhr. Ich rechtez, ihr seid nicht. Cuando schießt, steht, der Herr schießt, ist alles sehr stärker. Der Herr schießt,hüter Preis hab ich in den separates ent関様. Und zwar noch nach, das gelieb tires,